Heinrich Ritter von S.R. Baik war ein österreichischer Historiker. Leben Heinrich von S.R. Baik wurde während seines Studiums in Wien 1899 Mitglied der Burschenschaft Gozia. Er begann seine Professorenlaufbahn nach Studien an der Universität Wien mit der Ernennung 1912 zum Außerordentlichen Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität Graz. 1917 wurde er zum Ordentlichen Professor für Neuere Geschichte und Wirtschaftsgeschichte ernannt. 1922 erfolgte seine Berufung zum Ordinarius für Geschichte der Neuzeit an die Universität Wien. Zu seinen Studenten gehörten der Schriftsteller Heimeto von Dodara, der Student der Rechtswissenschaften und spätere Bundeskanzler Josef Klaus sowie der Historiker Taras Borodakewitsch. Heinrich von S.R. Baiks Arbeit über Clemens Wenzel-Lothau von Metternich gilt noch immer als ein Standardwerk zum Thema. Er prägte den Begriff metternichisches System. S.R. Baik sah Metternich als einen konservativen Ausfuhr revolutionärer Zeit, der auf die Verteidigung des monarchischständischen gegenüber dem revolutionär-egalitären Prinzip abzielte. Auch wenn er die reine Monarchie propagierte und das konstitutionelle System ablehnte, war er nach S.R. Baik doch auch Feind einer monarchischen Willkürherrschaft. Diese war für Metternich vielmehr an das Recht gebunden. Vom 16. Oktober 1929 bis zum 30. September 1930 bekleidete S.R. Baik das Amt des österreichischen Unterrichtsministers im Kabinett von Johann Schober. S.R. Baik stand für eine gesamtdeutsche Geschichtsauffassung. Zum deutschen Reichsgedanken existiert ein Schriftverkehr zwischen S.R. Baik und Arthur, Seis und Quart. In einer Rede vom 27. April 1938 begrüßte er den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich als die Verwirklichung des tausendjährigen Traums der Deutschen. Während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich von 1938 bis 1945 war S.R. Baik Mitglied des Großdeutschen Reichstags in der Fraktion der NSDAP. Nach dem Anschluss war S.R. Baik der NSDAP beigetreten, wobei die Partei ihn durch Zuteilung einer Mitgliedsnummer, die ihn als Altparteigenossen ehrte, aufgenommen hatte. Dem klassischen Bild eines kämpferischen Nationalsozialisten entsprach er jedoch nicht, denn das Gaulungsamt Wien urteilte folgendermaßen. Keine aktive Mitarbeit in der Ortsgruppe, außerdem er lehnt eine Bewertung rassischer Triebkräfte in der Geschichte ab. Anführungszeichen Das Amt Rosenberg schätzte ihn am 11. September 1942 folgendermaßen ein, als Forscher und Charakter nicht zu beanstanden. Seine Geschichtsauffassung beruht jedoch zu sehr auf dem universellen Reichsgedanken. Während der Jahre 1938 bis 1945 war S.R. Baik Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dabei versuchte er, der Akademie ihren wissenschaftlichen Freiraum zu erhalten und scheute auch Konflikte mit NS-Autoritäten nicht. Als Z.B. die NSDAP-Reichspresse stelle die Bezeichnung Archiv für österreichische Geschichte, beanstandete, verteidigte S.R. Baik diesen Namen erfolgreich. 1936 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Von 1937 bis 1946 war er Mitglied des Senats der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. S.R. Baik war von 1942 bis 1945 auch Präsident der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde S.R. Baik 1945 aus politischen Gründen aus dem Hochschuldienst entlassen und geriet danach an seinem Wohnort. Er wahl, Tirol, kurzfristig in französische Haft. 1951 war S.R. Baik als Kandidat des VDU für die Wahl zum Bundespräsidenten im Gespräch. S.R. Baik starb jedoch noch vor einer eventuellen Nominierung. Auszeichnungen und Ehrungen 1922 Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. 1935 Wolfgang Amadeus Mozartpreis. 1936 Dr. R. R. Hohl H. C. Universität Heidelberg. 1936 Österreichisches Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft. 1938 Ehrenbürger der Universität zu Köln. Ehrenmitglied des Reichsinstituts für Geschichte des Neuen Deutschlands. 1944 Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft. Die Gemeinde Erwald hat eine Straße nach S.R. Baik benannt. Dr. Heinrich S.R. Baik Weg. Werke. Wallensteins Ende, Wien 1920, Metternich, der Staatsmann und der Mensch II BDE, München 1925, das österreichische Kaisertum und das Ende des Heiligen Römischen Reiches Berlin 1927. Quellen zur deutschen Politik Österreichs 1859 bis 1866 5 BDE, Oldenburg 1934 bis 1938 Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König Gretz 4 BDE, München 1935 bis 1942. Österreich in der deutschen Geschichte, München 1936. Aus Österreichs Vergangenheit. Von Prinzzeugen zu Franz Josef Müller, Salzburg 1949, Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, Salzburg, München 1950.